Hallo, schönen guten Tag, mein Name ist Karl-Werner Schmitz. Fünf Sinne verkaufen mehr und der Tastsinn ist der Sinn aller Sinne und er ist der einflussreichste Sinn, den man in der Kommunikation nutzen kann. Natürlich auch im Verkauf von Kapitalanlagen. Der erste wichtige Punkt ist herauszufinden, was will mein Kunde überhaupt für eine Kapitalanlage. Der zweite wichtige Punkt ist, dass der Kunde versteht, welche Kapitalanlage er gekauft hat, für welche Kapitalanlage er sich entschieden hat. Und dafür sind die haptischen Kapitalanlage-Dominos perfekt gemacht und ich bin wirklich stolz, sie zu präsentieren und möchte Ihnen diese jetzt zeigen. Okay, es sind insgesamt acht und vier, also zwölf Dominosteine, wovon drei zum Thema Risiko stehen und acht verschiedene Dominosteine sind für die Möglichkeit der Kapitalanlage auszuwählen. Und das geht so, dass man dem Kunde die Kapitalanlage-Dominos erst die blauen gibt und dann ihn fragt, entscheiden Sie sich bitte mal, wie möchten Sie Ihre Kapitalanlage strukturieren? Kurzfristig oder langfristig? Und dann kann der Kunde so rum oder so rum, immer was oben steht, gilt, für kurzfristig oder für langfristig entscheiden. Möchten Sie eine Kapitalanlage haben, die verfügbar ist oder eine Kapitalanlage, die fest ist, wo Ihr Geld weg ist? Für Sie zum vereinbarten Termin. Möchten Sie einen Sparplan haben oder möchten Sie eine Einmaleinzahlung machen? Und der Kunde kann mit diesen, möchten Sie Gewinnzuwachs haben oder möchten Sie Werterhalt haben? Insgesamt sind es acht verschiedene Bausteine und der Kunde kann sich innerhalb kürzester Zeit, indem er einfach das Richtige nach oben stellt, auf die verschiedenen Bausteine entscheiden. Dann ist der nächste Punkt, dass ich den Kunden frage, wenn er sich entschieden hat. Übrigens, Sie als Verkäufer entscheiden ganz alleine, bringe ich alle acht Bausteine auf den Tisch oder bringe ich halt nur fünf, vier, drei, sechs. Das ist Ihr Ding, was Sie eben auf den Tisch des Kunden bringen wollen. Das wird besprochen. Das ist übrigens eine der einfachsten Regeln. Geben Sie dem Kunden einfach das, worüber Sie sprechen wollen, in der Hand. Sind Sie immer mitten im Thema. Und dann gehen Sie hin und fragen den Kunden, was ist denn Ihr wichtigster Punkt und der Punkt, der vielleicht zweitwichtig ist, drittwichtig ist. Und Sie lassen ihn priorisieren, also eine Reihenfolge reinstellen. Und dann haben Sie innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von drei Minuten, genau die Struktur seiner Wünsche. Erstens, was will er haben, ist oben. Und zweitens, die Reihenfolge der Prioritäten ist in der Reihenfolge der Dominos geklärt. Und dann kommt der nächste Baustein ins Spiel, nämlich der Risiko-Baustein. Und dann sagen wir zum Kunden natürlich, schauen Sie, egal welche Kapitalanlage Sie machen, es wird immer ein gewisses Risiko geben. Und wenn der Markt kippt, kippen eben auch alle Dominos. Und die Frage ist, wie kann man sich dagegen schützen? Und da haben wir unterm Strich drei verschiedene Konzepte, maximale Sicherheit, Chance und Wachstum. Und die sind einfach durch die Breite reguliert. Und das bedeutet, Sie können sehr deutlich machen, je dicker der Stein ist, umso mehr hält er ab. Also, wenn der Risiko fällt und bei Chance fällt alles um. Wenn Risiko fällt, bei Wachstum, dann kann er ein bisschen abhalten. Wenn es grob fällt, dann eben auch nicht. Und wenn der Sicherheitsstein da ist, der hält schon eine ganze Menge ab. Also, wenn der Kunde sich entscheidet auf Sicherheit und diese Kapitalanlage, dann haben Sie alles drin. Ich weiß nicht, wie lange der Film jetzt ist, ich werde es gleich sehen. Aber ich würde sagen, inklusive allem keine sechs Minuten. Und wenn Sie in drei Minuten das rüber haben bei Ihrem Kunden, perfekt. Der Kunde, der ist aktiv, der macht mit. Und Sie haben einen Kunden, der genau weiß, was er will. Und der Kunde weiß auch genau, was er da gekauft hat. Wenn Sie Lust haben, machen Sie ein Foto, nehmen Sie es mit in der Dokumentation und alles passt. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Verkauf, mit der Beratung von Kapitalanlagen, mit den haptlichen Kapitalanlagen. Ich kann Ihnen garantieren, das ist ein echter großer Wurf. Ein Bringer, probieren Sie es aus und Sie wissen auch, wie es geht. Ihr Karl-Werner Schmitz, 5 Sinne, verkaufen mehr.